Ich engagiere mich in der humanitären Hilfe, vor allem, weil es hier so viele Menschen gibt, die Hilfe brauchen. Ich komme selber, ich bin selber Flüchtlingskind, bin aus dem Libanon in den 70er Jahren nach Deutschland geflohen, hatte das große Glück, in Deutschland unterzukommen und fühle mich mit diesen Menschen verbunden, die nach der Wirtschaftskrise, der Finanzkrise, der politischen Krise, der Corona-Krise, der Flüchtlingskrise und dann noch die große Explosion von Beirut, die Zahl der armen Menschen in der Stadt hat stark zugenommen und wir haben die menschliche Verantwortung, all diesen Bedürftigen hier mit allem zu helfen, wo wir helfen können.